Guten Morgen, wir sind wach und guck mal hier, mein Bruder hat Tee gemacht. Und guck mal, das hat die ganze Nacht hier rumgeregnet und das Tropft von der Decke die ganze Zeit. Und das hat uns schlecht schlafen gelassen. Ganz viele Tropfen sind auch hier drauf getropft. Hier sieht man, dass es nass ist und das hat so ein bisschen mein Kopfkissen hier nass gemacht, wo meine Klamotten und so weiter drin sind. Ich musste das so ein bisschen hier wegziehen, aber das habe ich erst dann gemerkt, wo das hier schon feucht war. Das war richtig scheiße gewesen, diesen Kopfkissen da hinzulegen. Jetzt sind schon wieder aber die ganzen Sachen nass. Es ist richtig giftig. Das ist Chai-Tee. Scheiße, jetzt müssen wir diese räudige Treppe runterlaufen. So, wir sind gerade von diesen Lost Place rausgelaufen. Ich bin ein Kaktus, weil ich kann stechen.